Da sind wir wieder. Und wie lautet der einzig richtige Zug, um hier Matt zu setzen? Komischerweise, man nützt gar nicht den Springer. Ne, das geht ja nicht. Der Springer kann ja kein Tempo verlieren. Der König muss es machen. Genau, und der geht einfach zu F3. Genau, der König auf zwei wäre überraschenderweise, jetzt ist Remy. Weiß kann jetzt dieses eine Tempo nicht verlieren. Jetzt hätte man mit dem König aufs falsche Pferd gesetzt. So viel Wortspiele. Übrigens, wie heißt denn dieses Matt? Stammers Matt. Tja, natürlich. Es ist ja schon uralt. Und es würde auch eine wichtige Rolle spielen, weil zwei Springer gegen Randbauer und mitunter auch Weiß. Manchmal kann man nur gewinnen, Weiß könnte noch einen Bauern H2 haben und kann nur gewinnen, indem er dann Stammers Matt anstrebt. Und das ist ja halt Trotskis Version davon. Jetzt hat sich der Springer umgruppiert. Hier musste er aber kein Tempo verlieren. Hier musste er sich ja nur umgruppieren. Und jetzt steht die Endversion da. Aber man muss mit König auf drei beginnen, denn nur der König kann das Tempo verlieren. Der Springer kann das nicht. Der wechselt ja mit jedem Zug die Felderfarbe. Der weiße Bauer ist ganz schön weit vorgerückt, aber Schwarz hat noch einen einzigen richtigen Remiezug und kann quasi das Blättchen noch gerade abwenden, komplett runterzufallen. Und wenn man das ein klein wenig weiterspielt, dann steht daraus eine interessante Remie-Stellung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch gerne die richtige Antwort dazu geben. Wie nennt sich denn diese richtige Remie-Festung? Ist das die Zenturini-Remie-Stellung? Ist das Bottvinics Blockade? Ist das Tvoreckis Diagonal-Remie? oder die sogenannte Stopp-Diagonal-Remie-Stellung? Oder das Stopp-Diagonal-Remie. Richtig, das Stopp-Diagonal-Remie. Ja, was könnte es sein? Viel Glück dabei beim Rausfinden. Ja, das wissen Sie, denke ich. Also der einzige Remiezug für Schwarz und die dann später entstehende Remiestellung heißt, ja, eine der vier Möglichkeiten ist richtig. Enttäuscht Carsten nicht.